So und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show und zu Soma und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es fetzt, es fetzt, es fetzt, es fetzt unheimlich, also ähm, ja, genau so waren eigentlich meine Erwartungen von dem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Was ruft mal den Klimt? Na, die Leitung ist wieder unlicht. Ja, ich rufe den gleich mal. Sollen wir jetzt erstmal, ich würde gerne mal zurückgehen, obwohl an der Werkbank jetzt erstmal das Tool irgendwie upgraden. Ich gehe jetzt einfach mal so forschend lang. Was soll hier schon großartig passieren? Ist nur das Licht ausgegangen. Ich muss mir nochmal Mut trinken. Prost. Da war ein Licht. Da war, da war ein Licht. War hier die Werkbank? Nein. Wo war, wo war, wo war denn nochmal die Werkbank? Hier war der, oder? Alter, ich sehe überhaupt Licht. Ich sehe überall Licht ausgefallen. Verdammt, wo war denn die Kack-Werkbank nochmal? Hallo? Hier war die, ne? Ja. Puh. Ja, bringt ja auch sehr viel, Tür zu machen, wenn das Fenster kaputt ist. Ja. So. Lesen. Omnitool wird gescannt. Service-Konsul-Up-Tool-3, including Pilot-Seat activated. Hat jemand die Nummer von Mario? Von welchem Mario? So, System-Status. Äh, Warnung. Fehlzugriff abgelehnt. Warnung. Server offline. Hopf. Stromversorgung ausgesetzt. Mh, 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 mh. Obzwerberat-Operation nicht verfügbar. Vollständig entpacken. Omnitool. Chip verwalten. Willkommen zurück. Luis, Luis Moreno. Moiron. Ihr Omnitool ist im perfekten Zustand, aber nicht mit einem Werkzeug-Chip ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr FST-Kit anschließend Ihres standortübergreifenden Sicherheitszugangs ohne einen Werkzeug-Chip nicht verfügbar ist. Um weiterhin über Ihre Privilegien zu verfügen, setzen Sie bitte einen Werkzeug-Chip ein und führen Sie ein Update durchaus aus. Aus Werkzeug-Chip nicht eingefügt. Sie werden derzeit von der voreingestellten Onboard-KI gewartet. Helper Jane, bitte beachten Sie, dass das Installation eines Cortex-Chips den Helper außer Kraft setzt, um Ihre Nutzererfahrung entscheidend verändern kann. Werkzeugkasten freischalten. So. Können wir aber noch kein Update machen. It's-a-me, Mario. Wuhu. Ich weiß, dass sie dir gesagt haben, dass die Feldtechniker vollen Zugang durch die PESOS-2 bekommen würden. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass das nicht passieren wird. Geh mir falsch, ich will nicht in deinen Weg. Wir brauchen euch, um dieses Ort zu gehen. Aber es braucht zumindest ein Level Sicherheit an diesen Dingen. Ich will nicht, dass Sie in eine Quarantinung auf dem Omicron gebrochen werden können. Und nur die ganze Zeit mit einem Virus- oder was es machen. Das ist das, was Sie können. Sie können es um die Tür zu öffnen. Basically, all of sie. Wenn Sie nicht, dann ist etwas falsch. Oder jemand hat Sie nicht in da. Dann, was Sie machen? Sie schüren diese Omnitul in ein Terminal und sehen, ob Sie nicht auf ihn können. Schön. Ja. So, Werkzeug-Chit verwalten. Machen wir mal ein Update. Werkzeug-Chit. Hi, TT7. Update erforderlich. Machen wir mal. Hast Party auch flex? Nein, natürlich nicht. Umni-Tool entfernen. Okay. So, haben wir es geupdatet. Level 3 Omni-Tool. Ne, ich habe keine Party auf dem Hardtalks, weil... ...dann habe ich keine Atmosphäre, weil wenn ich dann noch jemanden in der Party habe, mit dem ich noch reden muss, oder... ...der mit mir noch redet, dann muss ich mich noch mit dem unterhalten und dann kommt keine gute Atmosphäre rüber. ...aber deswegen spiele ich das meistens an ohne Party. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Tür dann aufkriegen. Und wir müssen mal schauen... ...ja, die Tür bewegt immer noch. Ich will gar nicht wissen, was es war. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was es war. Ich gehe einfach da lang und... ...gehe einfach zur Tür... ...und es wird schon alles... ...oh... ...was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hinter dir steht ein Sperch. Ja. Ich weiß. Ich bleibe mal in geduckter Haltung. Warum erinnert mich das so unheimlich an Alien? Äh, wieso ist hier das Tor offen? Will ich da lang? Nein, ich probiere erstmal die Tür. Flex die Windeln wechseln. Ja, gleich. Habe ich in der Pause schon gemacht. Ich gehe doch erstmal da lang. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich war noch nie so angespannt bei einem Spiel... ...wie hier. Oh, hier sind so viele Wege. Und ich habe doch die Orientierung wie eine Weißbrutsche. Ach, jetzt sind wir hier. Ach, hier ist auch offen jetzt. Okay. Okay. Okay, hier kommen wir eh nicht durch. Gut, dann können wir aber zurückgehen und durch die Tür laufen. So, nochmal einmal kurz tief durchatmen. Flex. Und dann geht's weiter. So. Okay. 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 Wir sind also... Ja. Unter Wasser, so wie es aussieht. Wir sind. Ja. Berein zu lassen, es geht's. Ich glaube so. Plenty of opportunity goes in. auf der Fisch in der Zeitung. Ich werde mich missen. Ich werde das Ort. Komm mal. Wir haben hier Jahre alt. Viele Wege und das Ganze ohne Karte. Da hast du vollkommen recht. Äh, hallo? Fische und ein Wirbelsturm unter Wasser vielleicht. Fische, größere Fische und komische Fische, die auch durchgekritzelt sind. Oh, da stand gerade was drauf, warte mal. Ja, zurück und anders. Dickes Strukturgel, das sie nicht abstreifen können. Waus, Frankensteinfische, Frankensteinfische. Okay. Ich hoffe, die werden wir nicht be... Alter, guck mal da unten, die mit den zehn Augen im Gesicht. Die will ich aber auch nicht begegnen und nachts neben mir liegen haben. Als wäre nichts passiert. Alles sieht unverändert aus. Alles gleichermaßen still. Sehr, sehr... Merkwürdig, alles. Das sieht schon geil aus. Und das erinnert mich jetzt unheimlich an Bioshock. Naja. Alien, Bioshock. Ladebildschir. Hast du die Karte bemerkt? Welche Karte? Ich habe keine Karte bemerkt. Und auch keine Karte gefunden. Hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live für alle neuen Zuschauer. Weiter Samstag um 20 Uhr. Aua! Will ich das anfassen? Aua! Ah! Oh, scheiße, fuck. Was ist denn was schön bei der Taschenlampe finden könnte? Okay, ja, Blutdruck messen. Denk daran, du bist ein alter Mann, ja. Na toll. Na super. Ladebildschirn, Ladebildschirn. Ladebildschirn, 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 Ladebildschirn. Ladebildschirn, Ladebildschirn, Ladebildschirn. Ladebildschirn, Ladebildschirn. Kann man noch schneller kriechen? Nein, geht nicht. Ich gehe einfach mal hier lang. Keine Ahnung. Schau mal. Da ist auch noch mal ein Schalter. alter schwede ja war ja klar hier kann man sich nicht lehnen wo diese geräuschkulisse das müsste echt wenn er selber spielt spielt das bitte mit kopfhörer ist der hammer also die geräuschkulisse ist echt der hammer okay da kommen wir auf jeden Fall schon mal rein ich möchte trotzdem noch mal schauen was da hinten ist ich bin ja neugierig muss ich ganz ehrlich sagen neugierig hat schon jeden das leben gekostet ok die Tür ist eh rot also können wir auch wieder umkehren zwischendurch mal gucken was die Aufnahme sagt das ganze wird ja auf YouTube landen laderbildschirm station control das klingt vielversprechend da hat Super Mario fehlt gerade production well injector well generator und turbine steht da ähm ähm was steht hier da ist das selber ne Error ok hey can you hear me anscheinend nicht ne die Frage ist was passiert ist wenn wir das ziehen funktional blockiert zu wenig strom komm wir machen es einfach mal was 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 don't ok steck's wieder ein soll's wieder einstecken kann ich hier nicht irgendwo anders einstöpseln warte mal komm mal komm mal mit also lass mal mit kommen verdammt komm mal mit ach reicht nicht das Kabel ja tu mir leid das ist zu wenig Kabel neiiiiiiiin ich hoffe nicht dass wir das falsch gemacht haben Bereitschaft in Bereitschaft ok du 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 manuelle boot sequenz aha können wir irgendwas machen hier ok ok können wir sagen es wird ach so ok verstehe ah ist ja cool du Mörder verdammt das das war ich nicht glaube wir müssen müssen wir jetzt was denn hier offline ok ja Hey, hey, can you hear me? I hear you. Uh, Opsalon, what's going on? Uh, I have no idea. I just sort of woke up here. And the room right now? Uh, it was, it was like a seat with a helmet? Is that right? Uh, what's your name? I'm Simon Jarrett. And what are you... Ah, damn re-rays. Where are you now? Uh, some place dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Who is it? Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room at the dome ceiling. Uh, hey, look, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Hm. Hm. Da komm, man. Nur Zentrale. Ja. Dem Ruf gefolgt habe ich gerade die Trophäe bekommen. Puh. Tja, dann wollen wir mal. Auf geht's. Ja, ich weiß gar nicht, was hier los ist, seit ich Soma angeschmissen habe, spammen mich hier die Leute mit links voll. Ich weiß gar nicht, was das soll. Boah, krass. Falling Hazard. Epsilon Standard. Druck 2,017 bar. Sauerstoff nicht verfügbar. Stationsdiagnose nicht verfügbar. Turmversorgung wieder hergestellt. Erfasste Ablaufzeit. 143 Tage, 11 Stunden, 37 Minuten. Energieproduktion. 426 Megawatt. Okay. Naja, wollen wir mal. Ja, ich glaube auch, dass sie Langeweile haben. Ja, war ja klar. Es ist nicht geht. Es ist eine Leiter auch immer nach unten. Da rüben kommen wir, glaube ich, auch nicht rüber. So wie das aussieht. Gehen wir mal die Leiter runter. Aua. Mein Gott, der Typ kann nur, der Typ kann nur als vernünftig Leitern runter gehen. Ist ja unglaublich. Ich bin ganz ehrlich, ich will hier gar nicht sein. Ich will. Hilfe! Was ist das? Was? Ah, geh weg! Da läuft. Da läuft. Da läuft was. Da läuft Big Daddy. Glaube ich. Ich glaube, wir müssen durch die Tür wieder gekommen müssen, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen durch die Tür wieder gekommen müssen, ne? Auf-Nścieißen. Scheiße! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck! Fuck, 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 fuck! Bliiniiniiniiniiniiniinii! War ein paar Mal der gleiche. Verstecken ist jetzt echt angesagt, mal schleichen. Jaaaaahhh! Kann ich mir denken. Äh... Was? Was da, Kasse? Was? Scheiße, verdammt. Fuck, 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 fuck. Ähm. Nein. Nein. Der klingt sehr nah. Was? Ich hab dich lieb, was? Cousin, Flex, was? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh, mich juckt's. Wo müssen wir denn hin? Verdammt. Und verstecken vor allen Dingen. Hier ist alles offen. Wie soll ich mich denn verstecken, bitte? Rechts dick im Kreis. Mach ich, mach ich. Aua! Ist ja überhaupt nicht laut. Scheiße, scheiße, scheiße. Geh weg. Geh weg. Geh weg, lass mich. Geh weg, lass mich. Geh weg, lass mich. Lass mich, lass mich. Geh weg. Ich will nicht mehr. Geh weg, lass mich. Okay, alles klar. Geh weg. Lass mich, lass mich. Lass mich. Geh weg. Du hässlicher Roboter-Vogel. Oder hässlicher Roboter-Straußenvogel. Der sah aus wie so ein Strauß. Geh weg. Geh weg. Der soll weggehen. Verdammt, der kommt hin. Verdammt, verdammt. Geh weg, geh weg, geh weg. Der hört sich auch so eklig an. Ciao. Ciao. Ja. Ja. Ja.